Umgang mit rechten Verlagen auf der Buchmesse fordert, unterbricht die grüne Stadtverordnete Mahn mit einem engagierten Appell gegen Rassismus. Wenn wir dulden, dass rechtsradikale Menschen mit genau diesen menschenverachtenden Ideologien eine Plattform hier in Frankfurt, in meiner Stadt, in unserer Stadt, in meiner Heimat bekommen, dann beteiligen wir uns aktiv an dem nächsten Hanau. Es war eine außergewöhnliche Friedenspreisverleihung geprägt von...